Diplom-Psychologin Bruckland aus Köln, Mitglied bei WIR 2020. Darunter sehe ich Frau Mesli, Ernährungsberaterin. Frau Bruckland ist Psychotherapeutin hauptsächlich, gell? Systemische Therapeutin. Systemische Therapeutin. Familientherapeutin. Familientherapeutin. Und Frau Mesli ist in erster Linie Ernährungsberaterin und hat schon ganz viel Talkshow-Erfahrung mit nextscientistsforfuture.de gesammelt sozusagen. Und aus Österreich, die Herren, wenn Sie sich beide mal vorstellen, ich habe Sie so als Leitungspersonen die Basis Österreich sozusagen angekündigt. Sagen Sie selbst mal was, stellen Sie sich vor ganz kurz. Ja, also mein Name ist Jürgen Hammerdinger. Ich bin Grünungsmitglied von der Basis Österreich. Ich bin auch erster Grünungsvorstand von dieser Partei. Ich bin der Johannes Thorn. Von Jürgen ist ein Stillverräter. Und wir hoffen, dass wir direkte Demokratie einführen können, wieder mehr Volksnähe in der Politik zusammenkriegen, wieder mehr auf das Volk hören, das Volk regiert und nicht mehr die Politiker, das Volk regieren. Sie sind ja jetzt viele Monate Mitglied WIR 2020 gewesen, haben jetzt Ihre erste Versammlung mit die Basis Deutschland gehabt, 30 Personen ungefähr. Und Sie haben ja auch, ich habe es in Erinnerung, liebe österreichische Gäste, Sie haben mir gesagt, dass Sie so circa drei Wochen gebraucht haben, um die Reform der Next Scientist for Future richtig tief zu verstehen oder das Ganze. Aber berichten Sie jetzt mal den Österreichern aus Ihrer Erfahrung jetzt mit der Politik und auch mit der Versammlung jetzt die letzten zwei, Ihre erste Versammlung mit die Basis Deutschland. Und ja, schildern Sie vielleicht einfach mal, und was Sie meinen, worauf die Österreicher aus Ihrer Erfahrung jetzt mit Next Scientist for Future achten müssen, wenn sie wirklich Erfolg haben wollen und wenn sie wirklich letztendlich statt Bundeskanzler kurz Österreich regieren wollen irgendwann. Ja? Schnellst du? Okay. Also, ich sage mal so, alle Parteien, neun jungen Parteien, haben sich ja die Basis Demokratie auf die Fahnen geschrieben. Und was ich bis jetzt bei mir 2020 und auch die Basis miterlebt habe, ist, dass die einfach nur interne Experten berücksichtigen wollen. Erste Bemerkung ist, auf der Homepage einer Partei sollte immer stehen, aha, Gesundheitsreform. Und dann vielleicht zwei, drei Experten genannt. Ja? Und zum Beispiel Next Scientist for Future als Experten und andere zum Beispiel dagegen sprechende, sich für andere Gesundheitsreformvarianten aussprechende Personen draufstehen. Und dann geht es weiter vielleicht mit Pflegereform, dann mit Ernährungsreform oder was auch immer, was auch interessiert und was von Interesse ist. Ja, es gibt ja eine ganze Bandbreite an gesellschaftlichen Bereichen, wo man reformieren kann oder muss, ne? Und dadurch hat man dann schon mal das Signal an die Wähler gegeben, hoppla, wir berücksichtigen unsere parteiinternen, Laien- und Amateurexperten. Wir nutzen aber auch alle ausgebildeten Experten, hinterfragen deren Konzepte auch kritisch, aber wir nutzen sie, wir ignorieren sie nicht einfach. Wir filtern also nicht einfach Reformkonzepte, die da sind, nicht einfach weg. Ja? Und die zweite Sache ist das, was sie jetzt vor sich haben, nämlich dieses Denken in Volksentscheiden, dass man also sagt, hier, liebe Wählerinnen, wir meinen es im Ernst mit der echten Basisdemokratie. Wir lassen Sie konsensieren über die verschiedenen Varianten, zum Beispiel einer Gesundheitsreform oder einer sonstigen Reform. Ich zeige nochmal ein anderes Bild hier. Hier zum Beispiel, ich zeige mal ein paar Bilder. Das wären zum Beispiel drei verschiedene Vorschläge zur Gesundheitsreform. und so weiter, Presse, Radio, Fernsehen. Auch wieder drei verschiedene Vorschläge. Das ist übrigens die Fleißarbeit von Frau Mesli, die aus den Talkshows heraus entstanden ist. Dann hier Kinderkrippen und Kindergärten, zwei verschiedene Vorschläge, die quasi. Und die Wählerinnen dürfen dann, das Signal an die Wählerinnen geht, ihr dürft konsensieren. Wir entscheiden nicht über eure Köpfe hinweg, sondern ihr seid es, die konsensieren dürfen. Und unsere Parteibasis, die konsensiert zwar über dies und das, aber die greift euch nicht vor, sondern ihr Wählerinnen kriegt das Sagen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sehen ja jetzt zum Beispiel, stellen Sie sich mal vor, die Parteibasis würde über die Wahlalternativen hier konsensieren und würde zum Beispiel diese vier, die vier Links hier weg konsensieren und den als Gewinner behalten. Es würde sich aber herausstellen, dass die Wähler eigentlich den lieber gewählt hätten, den Vorschlag 2 am liebsten gehabt hätten. Dann hätte aber die Parteibasis quasi, die Basisdemokratie zerstört, indem sie sich auf den Vorschlag 5 runterkonsensiert hat, während die Wähler eigentlich den Vorschlag 2 wollen. Aber dazu kommen die Wähler gar nicht mehr, weil die Wähler gar nicht mehr konsensieren dürfen über diesen Vorschlag, sondern nur noch den Vorschlag 5 präsentiert bekommen. Und dann ist eigentlich die Basisdemokratie nicht mehr existent. Wenn wir also Basisdemokratie wählen, müssen wir den WählerInnen signalisieren, ihr kriegt nach der Wahl von uns einen ersten Volksentscheid und da habt ihr das Sagen. Und ihr seht an den Wahlvorschlägen, die ihr habt, dass ihr ganz tolle neue Gesundheitsreformvarianten und was auch immer Reformvarianten zur Auswahl habt von top kompetenten Leuten auch dabei, auch von Laien, aber auch von top ausgebildeten Leuten. Und wir liefern euch damit die höchste Qualität. Und da sagen dann die Wähler, ja, diese Partei ist grundlegend neu. Die meint es ernst. Und da haben wir die Auswahl. Und da werden alle die Top-Experten, die sonst von den Parteien wegzensiert werden, die haben wir zur Auswahl. Und wir entscheiden als Wähler, naja, so eine Partei, darauf warten wir. Die wollen wir haben. Und wenn dann auch es noch heißt, dass bei der Gesundheitsreform der Arzt und der Behandler sozusagen dann am meisten belohnt wird, wenn er mir hilft, dass ich nie Krebs und nie Herzinfarkt bekomme, also für Gesundheitsförderung und für Krankheitsverhinderung gezielt belohnt wird, ja, darauf warte ich doch eigentlich als Patient schon seit Jahrzehnten, dass mein Arzt nicht nur mir so viele Operationen wie möglich verkauft, sondern dass er meine Gesundheit in einem kostenlosen Freizeit- und Wochenendangebot mit Sport, Ernährungsberatung, Singen, Tanzen, Musizieren, alles, was helfen kann, glücklichere, gesündere Menschen zu ermöglichen. Das bietet er uns an für unseren Krankenkassenbeitrag. Und je gesünder wir uns entwickeln, desto mehr Geld kriegt er von der Krankenkasse. Und auch die Diplom-Psychologen und die Ernährungsberater dürfen eine eigene Hausarzt-Ersatzpraxis aufmachen. Das wäre jetzt unser Vorschlag. Und dann wird aber gemessen, wie die Wirkung ist, nämlich die gesundheitsförderliche Wirkung auf ihre Klientel ist. Und ja, und das, ja, aber so viel erst einmal zu diesen zwei Punkten, nämlich, dass man denken sollte, also öffnen für alle Experten und dann zweitens denken in Volksentscheid-Wahlprogrammen. Und dann, so unsere Bitte immer, bringen Sie uns auch alle uns widersprechenden internen Experten und auch andere externe Experten. Und wir sagen Ihnen dann, warum und wo die sich irren, ja, sozusagen. Aber Diskussion ist unendlich wichtig, bloß nie wieder Einseitigkeit. Einseitigkeit ist das Ende aller Basisdemokratie. Immer alle Seiten hören, ja. Und das ist die Aufgabe einer guten Partei. Das wäre natürlich genial und würde vor allen Dingen den einzelnen Menschen aus seiner Hilflosigkeit auch irgendwie ausbringen können, ne. Dieses ständige Gefühl, ich kann ja, ich habe ja sowieso nichts zu sagen. Wen interessiert schon, was ich denke, ja. Ja, und das Einfache ist ja, dass man wirklich, ich habe ja einige Links mitgeschickt mit den E-Mails, gell. Wenn man sich die Kommentare der Wähler bei der simulierten Bundestagswahl oder jetzt bei den Open Petition-Wettbewerb, den Frau Mesel ja auch gestartet hat, wenn man sich die durchliest, dann sieht man, aha, Sie haben es jetzt eigentlich ziemlich einfach. Sie haben die Top-Experten mit an Bord, liebe Österreicher, im Prinzip, ja, und brauchen jetzt nur dagegen widersprechende Parteimitglieder und dagegen widersprechende Experten, die man sonst, von denen man, von denen die Parteimitglieder gehört haben oder sie gehört haben, die andere Konzepte haben, einfach dagegenstellen, damit immer dieser Widerspruch und die Diskussion gegeben ist. Aber Sie wissen immer schon, Sie haben auf jeden Fall schon mal einen hochqualifizierten Vorschlag mit an Bord und können damit sozusagen siegesmutig sozusagen an die Wähler herantreten, sozusagen. Wir haben Top-Qualität und bieten auch echte Basisdemokratie dabei. Wir konsensieren nicht vor Ihnen, sondern wir lassen Sie, liebe Wählerinnen, konsensieren. Und dann kommt plötzlich was ganz anderes raus, als was bisher in der Parteienlandschaft immer rauskommt. Und durch den gestrigen Anruf von dir, Dylan, sind wir natürlich angestoßen worden, das vielleicht noch mal zu überdenken, dass wir das nicht selber konsensieren sollten, sondern wirklich auf der Homepage-Scheibe und das von den Leuten direkt konsensieren lassen sollten. Das ist eine super Idee. Sie hatten ja gesagt, dass auch Ihr Mann gesagt hatte, dass er sozusagen erstens mal dieses Alleinstellungsmerkmal vermisst hat, nämlich wirklich ganz anders als die anderen Parteien zu sein und damit wirklich wählbar zu sein. Und dann auf der anderen Seite, dass Sie eben, was Sie eben noch mal gesagt haben, haben Sie ja auch im Telefonat mit mir gesagt, nämlich, dass Sie gar nicht erkannten, gar keinen Willen gesehen haben, sich wirklich mit kompetenten Reformen und der Veränderung Deutschlands wirklich intensiv beschäftigen zu wollen. Ja, genau, so ist es. Also mein Mann meinte, eine neue junge Partei müsse sich ja irgendwo abgrenzen gegenüber den bestehenden Parteien. Ich wechsle jetzt mal den Stuhl, damit wir das mal sehen. Ich gehe jetzt mal in die Rudolf-Steiner-Position, ja, nämlich als Wahlvorschlag. Und zwar wünsche ich mir, Frau Mesel, die haben Sie ja ungefähr so geschrieben, ja, aus der Partei rausgeschrieben, aus dem Parteitext. Genauso wie Menschen ganz unterschiedliche Wege bei der Bildung brauchen, wollen sie auch auf ganz verschiedene Weisen gesund bleiben, gesund werden. Deswegen Öffnung des Gesundheitswesens für alle Anbieter. Ja, und uns als Rudolf-Steiner-Bewegung oder Anthroposophen ist so eine Art Leistungsmessung nicht so besonders sympathisch. Wir mögen Noten auch nicht so gerne und dann jetzt Leistungsmessung für Heiler, für Wunderheiler, für Ärzte, für Psychologen, für Hausarzt, Ersatzpraxen. Nee, das ist uns nicht so sympathisch. Also öffnen wir einfach und geben allen den Krankenkassen Zugang und und okay, gut ist. Das ist unser Wahlvorschlag. Das ist unser Vorschlag für das Konsensieren der Wähler. Das können die sich entscheiden. Und da muss das rein. Da müssen Sie als Partei das reinschreiben. Weil das ja ist ja ein Vorschlag. Kann man ja so sehen. Ja, jetzt gehe ich in die andere Position zurück. Wechsel den Stuhl, Frau Bruckland. Sie kennen das von der Psychologie auch. Wir wechseln den Stuhl wieder und bin jetzt wieder Next Scientist for Future und jetzt sage ich, oh Gott, müssen Sie aufpassen. Also das würde ja bedeuten, dass im Prinzip auch jeder Quacksalber und Scharlatan direkt Krankenkassen Zugang kriegen würde und wenn seine Leistung ja nicht gemessen wird und gar nicht transparent werden kann, ob er nun Gesundheit fördert oder Gesundheit beschädigt bei den Kunden, dann würden wir da viel Geld ausgeben und am Ende haben wir eine geschädigte Volksgesundheit. Das finde ich unverantwortlich. Ich bin auch für die, als wir von Next Scientist for Future sind auch für die totale Öffnung, auch gerne für die in Österreich ja extrem abgelehnte Homöopathie und all diese Dinge. Unser Professor Wallach macht Forschung über Homöopathie. Ja, nee, wir sind für die Öffnung, aber dann bitte die Leistung messen und zwar so, dass es transparent ist, dass jeder, jeder wirklich sehen kann, welcher Behandler hat gute Gesundheitsförderungs- und Krankheitsverhinderungsergebnisse und verbessert die Situation bei seinen Kunden und welcher nicht. Ja, und jetzt mache ich nochmal einen Stuhlwechsel. Ich gehe jetzt zu dem anderen hin, der sagt, zum Beispiel zur Economy from Mankind als externer Experte, der sagt, ich wünsche mir ein staatliches Gesundheitswesen, also Gesundheitswesen in öffentlicher Hand. und zwar auch wieder Leistungsmessung ist uns nicht so sympathisch. Ja, das wäre wieder so ein Standpunkt. Jetzt gehe ich wieder zurück im Stuhl und jetzt würde ich wieder als Next Scientist for Future antworten, ja, aber was schützt uns jetzt davor, dass die Ärzte gar nichts mehr machen? Die sind jetzt Beamte, kriegen ihr Geld, egal ob sie uns helfen oder nicht. Vor allem, warum sollen die jetzt zum Beispiel ihre bisherigen Gedanken zur Impfpraxis korrigieren und in Frage stellen? Warum sollen die nicht einfach so weitermachen, wie bisher mit all den vorteilbringenden Irrtümern, die bis jetzt gelaufen sind und warum sollen die jetzt nicht anfangen, sich mit den hübschen Krankenschwestern und mit den hübschen Assistentinnen zu beschäftigen den ganzen Tag lang und die Patienten links liegen zu lassen? Das finde ich gefährlich. Also ohne Leistungsmessung kommt das dann zu einer Gammelmentalität und darunter haben wir auch zum Beispiel das britische Gesundheitswesen dann stark gelitten. Also unsere Meinung als Next Scientist for Future ist Offenheit für alle, ja, alle Psychologen, alle direkt zu den Krankenkassen zulassen, aber dann bitte Leistungsmessung. Alle zulassen, aber Leistungsmessung und kein staatliches Gammelsystem und letztendlich würden ja die Wähler konsensieren, was sie lieber wollen, ein staatliches Gesundheitswesen oder ein eher anthroposophisch angedachtes Öffnung für alle sozusagen oder eben zum Beispiel unser System mit Leistungsmessung und mit Öffnung für alle, ja, also das konsensieren die Wähler, da haben wir, stecken wir eh nicht drin. Für uns ist so, liebe Österreicher auch so, der Kernsatz ist für uns so, die Wähler haben auch das Recht, das Falsche zu konsensieren. Wenn die sich fürs Falsche entscheiden, das ist ihr gutes Recht, das ist der Nachteil von Basisdemokratie und Demokratie. Aber mit dem müssen wir leben, weil alles andere wäre Diktatur und die kennen wir jetzt, haben wir jetzt ja nochmal richtig kennengelernt, wenn es dann so eine Art Industriediktatur wird und eine Konzerndiktatur wird, ja, und das haben wir ja kennengelernt, dass wir das nicht wollen, ja, also müssen wir damit leben, also auch wir müssen damit überleben, wenn die Wählerinnen sich nicht für unseren Vorschlag entscheiden. Das ist Demokratie. Das ist einfach so. Und Diktatur ist einfach für uns keine Alternative. Deswegen, so, Frau Bruckland, wie fanden Sie das mit dem Stuhlwechsel? Ja, super, super erklärt, auf jeden Fall. Ich fand das ganz gut mit dem, es symbolisiert halt die verschiedenen Meinungen, aber verschiedene Meinungen sind ja gut, ne? Es ist ja nichts gegen verschiedene Meinungen zu sagen, von dem lebt ja eine Demokratie. Ihr Mann hat auch ganz klar Ihnen signalisiert, ständig nur Volksentscheide machen, das will er auch nicht, das ist einfach auch zu viel Arbeit, so habe ich ihn verstanden jetzt mal. Und das ist eben richtig. Wir haben nämlich eine sogenannte fünfgliedrige Machtbegrenzungskette entwickelt, extra für die Basis quasi, über die wir jetzt gleich sprechen sollten, nämlich, das ist Volksentscheide, man kann sicherlich nicht alle drei Wochen nur Volksentscheid machen, um Politik zu machen, sondern wir haben eine fünfgliedrige Kette, wir haben also noch vier andere Elemente. Viele machen den ganz großen Fehler zu denken, dass die Wählerinnen Lust hätten, den ganzen Tag sich mit Politik zu beschäftigen, die meisten überhaupt nicht. Wir müssen also gucken, wie wir mit ganz wenig Zeitaufwand trotzdem vollständige Basisdemokratie hinkriegen und also den Zeitaufwand so klein wie möglich halten. Manche denken, sagen, hier Leute, ein Monat Bürgerparlament, da musst du dann einen Monat aus deiner Karriere raus, musst deine Karriere riskieren, Streit mit dem Chef riskieren und dann machst du einen Monat nur Politik. Wer macht denn das? Vor allem, wie kriegt man da noch eine repräsentative Wählerstichprobe hin, wenn dann nämlich alle Karriereleute nicht mitmachen? Dann ist das nicht mehr repräsentativ und dann ist es verfassungswidrig, weil dann entscheiden ja Minderheiten über die anderen. Sondern wenn schon, dann muss es eine repräsentative Wählerstichprobe sein, sodass auch die Karriereristen sozusagen auch repräsentiert sind, würden aber bei so einem Bürgerparlament rausfallen, weil die nicht bereit dazu wären, da mitzumachen, dann hätten sie kein Wahlrecht mehr und das wäre verfassungswidrig. Denn auch unser jetziges Gesetz erlaubt nämlich, unsere jetzige Verfassung sagt, mit einmal am Wochenende beim kleinen Spaziergang beim Wahlbüro vorbeigehen oder einen Brief schicken, Briefwahl, da haben sie Wahlrecht. Und wenn jetzt plötzlich gesagt wird, das Wahlrecht kriegen sie nur, wenn sie bereit sind, einen Monat zu arbeiten für den Staat und Politik zu machen im Bürgerparlament, dann ist das mit unserer jetzigen Verfassung nicht konform, weil das bedeuten würde, dass man plötzlich den 50-fachen Zeitaufwand oder 100-fachen Zeitaufwand plötzlich bräuchte, um überhaupt noch Wahlrecht zu haben. Und ob das mit der Verfassung konform gehen würde, habe ich große Zweifel. Das nächste Element könnte sein, die sogenannte Wohlfühlstimme. Da könnte man zum Beispiel bei der Gesundheitsreform, man könnte alleine eine Gesundheitsreform mit der Wohlfühlstimme machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben als Hausarzt und fangen jetzt plötzlich an, unter neuen Konditionen zu arbeiten und versuchen, den Menschen zu helfen, durch Ihr Freizeit- und Kursangebot zu helfen, dass Sie gesünder und glücklicher leben können. Dann gehen die Wohlfühlstimmen Ihrer Klientel nach oben, während ein anderer Arzt, der auf seine Medikamente und auf seine Impfungen fixiert ist, bei dem gehen eher die Wohlfühlstimmen, die bewegen sich gar nicht, zum Beispiel. Dann schüttet die Krankenkasse an den, wo die Wohlfühlstimmen eine positive Entwicklung nehmen, schüttet mehr Honor raus und so hätte man, das wäre jetzt ein super einfaches Modell, wie man nur mit der Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme zum Beispiel allein ein Gesundheitssystem reformieren könnte, auch wenn wir zum Beispiel, wir könnten noch Gesundheitsdaten verwenden, wir können die Langlebigkeitsdaten verwenden, man kann noch sehr viel mehr machen, ich wollte nur sagen, es kommt mehr darauf an, dass jemand wie die Next Scientist for Future wissen, was sie tun, wenn sie reformieren, wie man das technisch macht, genau, und welche Variante die Wählerinnen wollen, das entscheiden die Wählerinnen. Wir, wenn die uns sagen, sie wollen es nur mit der Wohlfühlstimme, sie wollen aber auch noch die Gesundheitsdaten dabei machen, dann nehmen wir noch die Gesundheitsdaten dazu, der Wähler hat das Sagen, aber wir sind flexibel und können ganz unterschiedliche Techniken anwenden. Und Wohlfühlstimme für die Österreicher ist es ja völlig neu, auch für Frau Bruckland ist es auch noch nicht so vertraut. Wohlfühlstimme bedeutet, in Deutschland haben wir die Schulnoten 1 bis 6 zumindest früher gehabt, ich weiß nicht, ob das heute noch so aktuell ist, aber jeder weiß, 1 ist sehr gut und 6 ist ungenügend oder so. Und wir alle fangen alle an, dem Bundeswahlleiter, zum Beispiel im Supermarkt, bei der Bank, können wir mit so einem Miniterminal, mit unserer Krankenversicherungskarte, die dann Krankenversicherungseinkaufskarte heißen würde, würden wir einfach dranhalten und dann übermitteln, wir alle fangen mit 3 bis 4 an, also alle fangen, wir geben alle eine 3 bis 4, damit wir Spielraum haben, bis 6 plus und bis 1 plus und 6 minus und wenn wir vor einem bestimmten Alter sterben, läuft automatisch die 7 für uns, also die schlechteste Note überhaupt. Wenn also der Arzt zu wenig macht und wir sterben vorzeitig, läuft für ihn, für uns immer die 7 weiter und er kriegt ständig Abzüge bei seinen Verdienstzuschüssen für unsere 7. Leben und dadurch wird er immer genauso viel tun, wie er braucht, um uns glücklich und gesund zu halten, aber bloß nicht sterben zu lassen vor einem bestimmten Alter und ab einem bestimmten Alter ist es uns egal, ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass die Altersforscher sagen, also älter als 127 sollte kein Mensch auf der Erde werden. Die Genetik spricht für 122 Jahre, wir sterben ja alle schon oft mit 80, aber das liegt an unserem kranken System, an der schlechten Ernährung und dem schlechten Gesundheitswesen und zu viel Medikamenten und zu viel Chemotherapien und zu viel Operationen und zu viel Impfung. Und da ist der Punkt jetzt, also diese Wohlfühlstimme, da brauchen Sie drei Minuten, um, was weiß ich, Sie verlieben sich frisch. In der Hausarztgesundheitskommune, beim Sport, verlieben Sie sich und sind total glücklich und happy, dann geben Sie das als, geben Sie nicht mehr eine drei bis vier, sondern teilen den Bundeswahlleiter mit drei bis vier, also drei Minus, also oder gleich eine drei, weil es Ihnen besser geht, ja, besser geht als vorher. Oder Sie kriegen vom Arzt eine Krebsdiagnose um die Ohren gehauen und kriegen einen Schock und sind dann wochenlang gelähmt und im Angstschock und Ihr Immunsystem fährt runter, weil Sie Angst bekommen und so weiter und Ihre Wohlfühlstimme geht runter und Sie geben dem Wahlleiter innerhalb von fünf Minuten im Supermarkt oder bei der Bank oder im Restaurant an so Miniterminal geben Sie einfach durch, dass Sie jetzt eine vier plus oder eine vier abgeben. Also schlechtere Note als vorher. Das kostet nur alle paar Monate ändert sich vielleicht mal was im Leben und dann gibt man mal fünf Minuten eine Note durch und mehr ist es nicht. Das kostet keine Zeit, geht ganz einfach und Schulnoten kennt auch fast jeder sozusagen und damit kann jeder zurechtkommen. Es müssen ja auch nicht alle daran teilnehmen, aber dann können Sie jetzt zum Beispiel auch für Ihren Supermarktleiter also Sie gehen vielleicht bei drei verschiedenen Supermärkten einkaufen Biomarkt oder was und Sie gehen ab und zu in das und das Restaurant und dann wird einfach geguckt mit der Karte bei wem haben Sie eingekauft und wie gesund entwickeln Sie sich oder wie gut entwickelt sich Ihr Wohlfühlstimme sodass auch der Supermarktleiter plötzlich ein Interesse daran hat Ihnen gesunde Nahrung zu verkaufen und nicht Glyphosat Chemie Sondermüll mit zu viel Zucker und zu viel Salz und zu viel Transfetten und zu viel Dies und zu viel Spritzmittel und so weiter und dadurch wird er dann natürlich seinen Zulieferern sagen Schluss mit lustig jetzt liefert mir nur noch gesunde Sachen sonst seid ihr raus denn ich kriege nur noch Verdienstzuschüsse wenn die Kunden gesünder werden als vorher und so wird dann das gesamte System ich deute jetzt nur Sachen an weil wir sind in der ersten Sendung aber Sie merken dass es darum geht dass alle dann gute Verdienstzuschüsse kriegen wenn sie Gutes tun und wir messen aber jetzt ob sie Gutes tun und wir überlassen es nicht dem Zufall ob sie Gutes tun oder nicht wir messen es und gehen dann mit Verdienstzuschüssen hin und geben denen die Gutes tun einen wirtschaftlichen Vorsprung und damit haben automatisch die die keine Verdienstzuschüsse kriegen den wirtschaftlichen Nachteil und das Nachsehen und dadurch kommen wir weg von einer Gesellschaft in der Schlechtes Tun die Normalität ist wo die Konzerne über Lobbyisten ihre Politik durchdrücken also mit der Wohlfühlstimme letzter Satz dazu bevor sie wieder dran sind mit der Wohlfühlstimme endet am ersten Tag danach jeder Lobbyismus und jeder Konzerne Einfluss weil die Konzerne kriegen ja Verdienstzuschüsse nur noch anhand ihres Wohlfühlzustandes und ihrer Gesundheitsdaten und so weiter also haben die doch gar kein Interesse dran mehr Gesetze durchzudrücken die ihnen schaden aber den Konzernen Profite bringen auf ihre Kosten also hören die sofort auf bezahlen keine Lobbyisten mehr Lobbyisten werden sofort arbeitslos müssen dann über unsere Arbeitsrandreform kriegen die dann ganz schnell neuen Job und so weiter und Lobbyismus und Konzerneinfluss endet denn warum soll ich jetzt noch eine Parteispende machen wenn die wenn sozusagen die Politiker sowieso nicht mehr auf uns Konzerne hören und wir Konzerne auch nichts mehr zu gewinnen haben durch den Einfluss auf die Politik also haben wir dann sofortiges Ende des Lobbyismus sofort in einer halb eines Tages quasi das ist ist natürlich schon eine Leistungsmessung ja deswegen muss ja darüber die Wählerschaft konsensieren was sie möchte nur wir dürfen nicht liebe Österreicher wir dürfen doch nicht die die Virologen und die Impfkonzerne darüber entscheiden lassen was gemacht wird sondern wir müssen doch die Wählerinnen entscheiden lassen ob sie den Impfkonzernen ob sie da deren Leistung messen wollen denn man kann ja auch messen ob wir Impfungen überhaupt eine Wirkung haben das kann man nämlich messen ich weiß nicht ob sie schon mal gehört haben dass die Grippeimpfung fast null Wirkung haben und fast null positive Ergebnisse haben ja einer nickt sie haben es schon mal gehört und das bedeutet also die Frage ist wie viel Leistungsmessung wollen die Wählerinnen den Behandlern und den Supermarktleitern und so weiter zumuten und ich finde wir sollten ihnen da etwas zumuten denn die Gefahr ist dass es sonst so weiterläuft wie bisher dass die Virologen und die Impfindustrie und die Pharmakonzerne mit uns einfach Schlitten fahren weil wenn wir da nicht mit Leistungsmessung rangehen dann ist einfach am meisten Profit zu machen wenn man die ganze Welt impft das ist nun mal so und dann wird auch nicht mehr gefragt ob das nun immer so risikolos ist oder nicht und dafür brauchen wir die Leistungsmessung sonst läuft das so weiter wie bisher ich plädiere jetzt für die Leistungsmessung aber entscheiden müssen die Wählerinnen konsensieren müssen die Wählerinnen wenn die sagen wir wollen keine Leistungsmessung dann können wir immer noch Tipps geben wie man noch noch was Gutes machen kann aber ich fürchte wir kriegen dieses schlechte tun auch der Konzerne nicht weg wenn wir nicht deren Leistung messen und zwar deren Förderung unseres Wohlfühlens unserer Gesundheit unserer Langlebigkeit und auch bei den Behörden müssen wir auch messen ob die unseren Wohlstand mehren oder ob sie unseren Wohlstand beschädigen weil sie als Behörden uns nur Geld kosten und eher Schaden zufügen auch das müssen wir messen eine gute Partei lässt nicht die Apotheker entscheiden über das Schicksal der Apotheker sondern die Wähler entscheiden wie die Rahmenbedingungen für die Apotheker gemacht werden und die Wähler müssen konsensieren über das Schicksal der Impfkonzerne und der Virologen und nicht die Virologen und die Impfkonzerne sich selber ihre Gehaltschecks schreiben lassen sozusagen verstehen Sie und so ist es halt ja liebe Österreicher was denken Sie dazu Leistungsmessung ist ein heißes Thema ja ich habe die Erfahrung gemacht immer wieder die Erfahrung du hast ja sowieso immer mit Leistungsmessung zu tun ob das jetzt im beruflichen ist ob das im privaten ist ob das Leistungsmessung ist sowieso alltägliche Sache warum sollte man die Leistungsmessung jetzt zum guten einsetzen jawohl die großen Konzerne gehören auch gemessen bringen die ihre Leistung kommt das tun die Konzerne uns gut oder schaden sie uns eher das muss doch mal endlich gemessen werden und sie haben den entscheidenden Satz gesagt warum soll man nicht die Leistungsmessung die sowieso überall ist warum soll man die nicht endlich mal zum guten einsetzen und genau darum Konzernen halt zu gucken so nach dem Motto wir lieben Wirtschaft wir lieben Unternehmen aber bitteschön nur dann wenn sie unser Leben verbessern und nicht wenn sie auf unsere Kosten Profite machen und zum Beispiel alles kaputt machen und verdrecken und wir dann an dem Gift sterben und sie dann das Geld weg schleppen sozusagen das wollen wir wollen wir wollen eine starke Wirtschaft wir rechnen mit unseren denn wir machen ja ganz viel ineffizientes machen wir schaffen wir ab sozusagen durch die Reform das wäre jetzt zu früh darüber sprechen das würde in Österreich bedeuten jedes Jahr 50 Milliarden plus in Österreich Euro jedes Jahr volkswirtschaftliches Wirtschaftswunder weil wir eben nicht mehr zulassen dass Profite auf Kosten der Bürger gemacht werden sondern gute Gewinne gerne aber haben Sie schon mal den Begriff gemeinwohl orientierte Wirtschaftsordnung oder auch Gemeinwohl Ökonomie von Christian Felber gehört Wiener der Christian Felber ist unsere jüngere Schwester den sollten wir übrigens mit als Experten immer dabei haben der wird sich nur weigern weil er wahrscheinlich sagen wird mit Corona nachdenklichen kredet er gar nicht das kommt wahrscheinlich dann ich denke mir ich kenne ihn ja so von seinen Videos so ein bisschen aber wir reden mit ihnen und wir sagen wir sind die ältere Schwester der wir arbeiten seit 52 Jahren dran und was alles was ich gerade erzählt habe ist eigentlich gemeinwohlorientierte wirtschafts- und gesellschaftsordnung denn das ist unser Kernkonzept nämlich die die leistungsmessung für das gute zu benutzen das gutes tun sich vermehrt schlechtes tun ausstirbt wir sind evolutionsbiologen wir wollen dass schlechtes tun ausstirbt und dann die dazugehörigen vorteilbringenden irrtümer auch aussterben zum beispiel der vorteilbringende irrtum viren sind allmächtig und ernährung und psyche und 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 bewegung und sport haben gar keine rolle spielen keine rolle nein nur impfungen können euch retten die viren sind so allmächtig und sind die zentrale krankheits- und todesursache der menschheit alles andere ist unwichtig ernährung ist unwichtig sport ist unwichtig frische saubere luft sauberes wasser ist völlig unwichtig nur impfungen kaufen das ist wichtig das nennt man einen vorteilbringenden irrtum und den glauben die wirklich weil die damit aufgewachsen sind die sind damit sozialisiert worden frau bruggland das ist die 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 ausbildung in die sie hineingewachsen sind die ärzte nämlich genau so zu denken und das dazu müssen wir doch anders belohnen dann fangen die an diese vorteilbringenden irrtümer denen helfen wir dann die sofort aufzugeben und sich zum beispiel um die ernährung ihrer versicherten zu kümmern liebevoll freundschaftlich ohne druck zu machen aber eben jeder der es nutzen möchte kriegt ernährungsberatung wer es nutzen möchte und vielleicht hat stellt der supermarkt auch eine ernährungsberaterin wie die frau mesli an die dann den kunden die es möchten hilft sozusagen im zentrum diese gesundheitslandschaft zu verstehen und was man also essen sollte wenn man wirklich kerngesund leben will und vor allem wenn man das gewicht in den normalbereich bringen will und dann haben wir die wohlfühlstimme als neue wahlstimme die uns zu den herrschern über die wirtschaft macht ja weil das übrigens macht das uns auch zum herrscher über die politik denn ein politiker der nicht alles tut um mein wohlfühlen zu verbessern das wird ja sofort vom bundeswahlleiter veröffentlicht stellen sich vor bundesländer in deutschland laschet nordrhein-westfalen baden-württemberg wie heißt der nochmal der der grünen chef baden-württemberg kretschmann kretschmann ja genau äh äh und jetzt gucken sie der bundeswahlleiter veröffentlicht ständig und die wohlfühlstimmen bei kretschmann entwickeln sich bei den bürgern schlechter schlechtere tendenz zu sehen bei allen bürgern zusammengenommen als bei laschet in nordrhein-westfalen wer wird dann noch jemals in deutschland jemals grüne wählen weil eben für alle ja sichtbar ist wenn die grünen dran sind geht es den bürgern schlechter und bei der cdu ok geht es besser oder umgedreht also jetzt wir können das ganze auch umdrehen es kann ja sein dass es bei dem kretschmann besser geht allen und bei dem laschet allen schlechter geht und dann wird aber auch niemand mehr in deutschland bei der nächsten wahl cdu wählen warum soll er das nochmal wählen die haben doch ihre chance in nordrhein-westfalen gehabt zu zeigen was sie können so merken sie dass dann jetzt plötzlich die politiker uns dienen müssen dass wir die lenker werden und die anderen alle unsere diener werden die konzerne werden unsere diener die politiker werden unsere diener auch ihre partei wird dann zu unserem diener denn wir sind dann der souverän wir die wählerinnen ja und das wollen wir doch wir wollen doch dass es anders wird wir wollen doch dass diese versteckte diktatur aufhört die diktatur der konzerne die diktatur der lobbyisten die diktatur von politikern die machen was sie wollen und die diktatur der medien die da kommen wir gleich zu ja die medienreform brauchen wir natürlich auch vor wahlen mini volksentscheide alle zehn jahre drei stunden zeit opfern für die wähler wenn sie das wollen dieses element alle zehn jahre vielleicht kriegt man einmal vom bundeswahlleiter eine einladung sie sind teil einer repräsentativen wähler stichprobe und da sind jetzt drei oder vier redner und die dürfen jeder zehn minuten und dann reihum wählen sprechen und sie überzeugen dass sie die besseren neuen kanzler sind die bessere neue kurz und die bessere neue merkel sind oder bessere neue laschet oder besserer neuer söder oder besserer neuer wie heißt er nochmal kretschmann sind ja und dann wählen sie als wähler in der im vorwahlen mini volksentscheid und das gilt als wahl weil das ist dann eine repräsentative wähler stichprobe denn der staat kommt bei ihnen vorbei und unterstützt sie in jeder hinsicht dass sie diese drei stunden sei es online oder im bürgerhaus nebenan sich diese drei stunden zeit nehmen können und der staat bereitet das sogar schon vor dass sie also alle hilfe kriegen die sie brauchen wenn sie gerade in der arbeit zu tun haben dann kommt dann profi der gesiede jetzt drei stunden ersetzt und sie dürfen wählen oder kinder sind zu betreuen dann kommt die kinderbetreuerin mit also der staat macht alles dass sie wirklich frei dann können sie immer noch sagen ich nehme an dieser wahl nicht teil dann gefährdet es allerdings ein bisschen die repräsentative wähler stichprobe dann muss halt ein anderer bäcker der auch bäcker ist noch herangezogen werden kurzfristig aber man versucht also diesem ideal der absoluten repräsentativen wederstrichprobe ganz nahe zu kommen denn dann ist das wahlergebnis dieser 500 leute ist quasi als wenn man eine große wahl gemacht hätte man spart dann die großen wahlen etwas ein und dann können diese leute dann können sie quasi sich ihren zukünftigen neuen wunschkanzler wählen und dann kann der nach einem jahr schon sagen ich fordere merkel heraus ich fordere kurz heraus oder ich fordere laschet oder kretschmann oder söder heraus und dann gibt es neuwahlen nach einem jahr weil sie liebe wählerinnen gesagt haben sie wollen den neuen die neue person finden sie besser als die alten ja und das bedeutet dann echte bewegung in der demokratie jeder politiker weiß wenn er jetzt nicht mit allen experten spricht wenn er nicht alle experten nutzt und in sein boot reinzieht dann treten die gegen ihn an bei den vorwahlen mini volksentscheiden und dann verliere ich gegen die und hinter denen entsteht eine neue partei und meine partei die cdu ist ganz schnell weg vom fenster gibt es gar nicht mehr dann irgendwann geht völlig kaputt weil plötzlich neue experten da sind hinter denen neue parteien entstehen wie bei macron in frankreich hinter ihm eine neue partei entstanden ist das ist bewegliche demokratie ne und immer haben nur die wähler das sagen jetzt ne und kein parteien geklüngel was sagen sie wieder frau mesli was sagen sie zum vorwahlen mini volksentscheid als idee die ja den wählern nur angeboten wird als möglichkeit zur machtbegrenzungskette ja also wir haben ja glaube ich auch gesagt da würden es dann im fernsehen politiker diskussionen kommen wo sich der bürger dann auch über die verschiedenen meinungen das eben anhören kann sich seine eigene meinung dazu bilden kann und das dann eben so ein mini volksentscheid ja ich muss vielleicht noch kurz erklären also wenn jemand gewählt worden ist als bundessieger und damit das recht hat die kanzlerin oder den herrn kurz herauszufordern ja dann gibt es natürlich dann in allen öffentlich-rechtlichen medien nach der medienreform natürlich dann duelle zwischen kurz und herausforderer und zwar übrigens gibt es die neuwahlen nur wenn der heraus die herausfordernde person natürlich in den vorwahlen mini volksentscheid in einem gegen den kurz gewonnen hat die wählerinnen also den neu bewerber bevorzugt haben vor herrn kurz und dann gibt es erst die neuwahlen und dann gibt es aber noch mal die richtigen medienauftritte so wie bei bush gegen trump ja so die duelle und so weiter und dann können sich alle weder ein bild machen und dann kriegen wir plötzlich können wir sogar eventuell nach einem jahr kriegen wir eventuell einen neuen kanzler das ist ein denkmodell da kann man darüber diskutieren frau ja frau mesli habe ich sie so richtig verstanden wollten sie das auch so sagen ja ja also ich meine wie wir das jetzt bei uns in deutschland erleben mit der kanzlerin mit 16 jahren das kann so nicht weitergehen und in usa ist ja sowieso zum beispiel so dass ein präsident maximal zweimal gewählt werden kann also maximal acht jahre und jetzt wird ja bei uns auch schon allmählich über sowas nachgedacht ob die kanzlerschaft begrenzt werden soll in jahren und das finde ich schon sehr sehr gut also vier jahre sind ja oft auch schon zu viel ja wobei ich wenn jemand wirklich ein extrem guter kanzler ist und es wirklich unheimlich gut mit uns wählern meint dann soll der aus meiner sicht ruhig lange dran sein aber er muss jedes jahr er muss ständig herausforderbar sein er muss immer er muss immer die anderen leute und die anderen fleißigen experten immer im nacken spüren damit er nicht anfängt zu schlafen da sind wir wieder beim beamtenschlaf damit er nicht anfängt zu sagen wie die frau merkel auch die leute fressen mir aus der hand was soll ich warum soll ich was tun es gibt keine wohlfühlstimme und so weiter ich mache einfach so 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 mein dienst nach vorschrift nein wenn ständig herausforderer da sind dann wird kurz sich immer wieder fragen was kann ich den wählern noch gutes tun was kann ich denen wirklich gutes tun wie muss sich die struktur unserer gesellschaft in österreich so ändern dann kann sich der kurz auch halten aber nicht so wie jetzt wo er im prinzip eigentlich keine wettbewerber hat und die medien nur auf seiner seite berichten und alle ins gleiche horn stoßen ja das und ich das ist unser vorschlag dass wir das anders machen können mit diesen vorwahlen mini volks entscheidend ja das da spüren die immer den atem der neuen experten im nacken und wissen ja ich muss mich jeden tag fragen was kann ich meinen wählern gutes tun und ich nicht irgendwie mit meinen Freunden von den konzernen schön golf spielen gehen und ja und die wähler ignorieren ja Frau Mestis habe ich alles wollten Sie noch was sagen dazu wie der Frau Bruckland was sagen Sie zu diesem dritten element wir wollen es heute nicht hundertprozentig verstehen aber mal anreißen was sagen Sie zu diesem vorwahlen mini volks entscheid als vorschlag ja super super also bringt auf jeden fall bewegung ins system und das sage ich ja meinen klienten auch immer nur weil du einmal ja gesagt hast muss das nicht bedeuten für den rest des lebens ja zu sagen oder nein zu sagen und dann also so dieses Prinzip ja beweglichkeitsdemokratie bewegliche demokratie lebendige demokratie ja sozusagen nicht einmal die Stimme abgeben und dann fünf Jahre friss oder stirb also sondern beweglich lebendig und liebe Österreicher wie kommt das bei ihnen an so das erste mal kennenlernen des dritten Kettengliedes Vorwahlen Mini Volksentscheid wahrscheinlich noch nie gehört denn das Wort haben wir eigentlich noch nie gehört finde ich aber eine super Idee bei uns in Österreich sind wir weitergegangen als die Deutschen wir haben in die Satzung reingeschrieben dass man eigentlich nur einmal kandidieren darf für einen Nationalrat oder für einen Landtag aber diese Idee die du jetzt gebracht hast finde ich äußerst sinnvoll weil die die dann wirklich die Angst im Nacken spüren und dadurch weit besser für das Volk arbeiten dann und ich denke das wäre sicher anzudenken dass man das machen sollte ja genau 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 genommen ist ja die Grundidee warum will man denn die Amtszeiten begrenzen weil man merkt dass je länger die Leute im Amt sind desto mehr gammeln sie und desto mehr arbeiten sie mit den Konzernen zusammen und desto mehr Freunde haben sie und desto mehr Parteispenden kriegen sie von den Konzernen und hinterher kriegen sie einen tollen Job bei Gazprom einen toll bezahlten Job und dann kriegen sie tolle Vortrags auf den kriegen sie für einen lächerlichen Vortrag 50.000 Euro bezahlt und so weiter ja also deswegen will man ja die Zeit begrenzen aber wenn man diese Vorwahlen wenn die Volksentscheide hat muss man sich gar nicht über die Zeit Gedanken machen sondern die Leute werden ihre Top Leistung bringen und wenn sie sie nicht bringen werden sie einfach von den anderen ersetzt ja und das ist dann gut für uns Wähler und ja super ja und dann gehe ich wenn niemand was einzuwenden hat gehe ich aufs vierte Glied über Medienreform erstens warum sind die Medien alle auf der Seite der Impfkonzerne der Virologen und die Politiker auch und die Medien alle auf Seiten der Politiker warum ist das so Mainstream warum gibt es nur noch eine Sichtweise der Welt warum ja also warum gibt es nur noch eine Sichtweise weil wir eine Evolution hinter uns haben wir sind ja Evolutionsbiologen und Psychobiologen und Evolutionspsychologen sozusagen gucken Sie sich mal an wie bei uns im deutschen Fernsehen ARD ZDF gucken Sie mal wer die meisten Werbespots bezahlt das sind die Pharma Industrie die Medizin Industrie die zahlen die meisten Werbespots und wenn Sie über Jahrhunderte oder Jahrzehnte immer wieder als Journalisten vor der Wahl stehen wenn ich jetzt stellen sich vor Sie haben einen kritischen Journalisten der ständig Leitartikel schreibt gegen die Pharma Industrie kriegt aber seine Werbespots und seine Werbeanoncen teuer bezahlt von der Pharma Industrie dann wird doch wenn die Pharma Industrie diese Werbespots nicht mehr in dieser Zeitschrift schalten wenn sie ständig Leitartikel um die Ohren gehauen kriegt wo die Pharma Industrie kritisiert wird also wird sie das nicht tun dann wird sie quasi diese Werbeanoncen dieser Zeitschrift entziehen und damit ist die Zeitschrift irgendwann pleite weil ihr dieses Geld einfach fehlt im Wettbewerb zu anderen Zeitschriften die dieses Geld haben dadurch kommt es zu einer stillen und leisen Evolution dass eigentlich ein Journalist der erfolgreich ist immer ein Journalist ist der die gleiche Meinung hat wie die Werbekunden das ist jetzt für sie vielleicht ein ganz neuer Gedanke aber die Evolution läuft in unseren großen Medien darauf hinaus dass sie eigentlich nur noch Karriere machen können als Journalist wenn sie eine Meinung haben die nicht in Konflikt mit den Werbekunden gerät denn wenn sie mit den Werbekunden in Konflikt gerät ist ja das Medium gefährdet weil dann die Werbekunden ihre Werbespots entziehen und dann fällt ja ein Großteil des Gehaltes für die Journalisten weg weil die Medien finanzieren sich bei uns in Deutschland die Öffentlich-Rechtlichen über die Konzerne das darf doch nicht sein die sollen doch uns dienen die müssen doch von heute auf morgen absolut werbefreigestellt werden und staatsfinanziert werden und dann müssen auch noch die Aufsichtsräte der Parteien müssen weg wo die dann noch die Journalisten auf Linie bringen und jetzt passen sie auf jetzt kommt das entscheidend neue sie kennen so Sendungen wie haben sie schon mal gehört arte Profiteure der Angst oder die Allmacht der Pharmakonzerne solche Journalisten werden angestellt in allen großen Medien und kriegen 50% der Stimmmacht sodass die sagen werden hoppla keine Sendung mehr nur mit Trostenwieler und Lauterbach sondern immer auch mit Bhakti Wodak und Schiffmann und Professor Haditsch in Österreich oder unser Dr. Dr. Spitzbart unser Mitglied und Professor Wallach und so weiter aber doch nicht einseitig und dann plötzlich haben sie von einem Tag auf den anderen werden Sendungen nur noch genehmigt wenn immer beide Seiten gezeigt werden und plötzlich wird diskutiert über den unseriösen Umgang mit Statistiken und so weiter dass jedes Jahr jeden Tag in Deutschland zu Winterzeiten sowieso 3000 Menschen sterben und dann wird diskutiert warum denn in Weißrussland die Menschen nicht wie die Fliegen sterben obwohl doch der Präsident Corona wie eine Wintergrippe behandelt nämlich fast eher ignorierend und trotzdem wird dort nicht massenhaft gestorben trotzdem all die Leute die ihn hassen niemand sagt ja unser Präsident lässt uns alle an Corona sterben er tut gar nichts sagt keiner trotzdem lauter Kamerateams aus der ARD und ZDF dort waren nicht ein Zeuge der den Lukaschenko hat wirft ihm vor lieber hier unser Horror Präsident Lukaschenko lässt uns alle gerade an Corona sterben weil dort nicht gestorben wird wahrscheinlich wäre das beste gewesen wir hätten das völlig ignoriert und wie jeden Winter behandelt dann wäre wahrscheinlich nichts passiert gar nichts passiert wie in Weißrüssel und da ist nichts passiert nichts tun wäre wir hätten das auch empfohlen wir waren ja vom 25. Februar die ersten die sagten da stimmt doch was nicht und bei unserer Kritik an der Pharma und der Medizinindustrie wäre uns sowieso klar gewesen wir dürfen doch nicht die Industrie sich selber entscheiden lassen welches Gehalt sie haben möchte wäre doch noch schöner wenn jeder einfach sagen könnte ich will das und das Gehalt und der Staat muss mir das bezahlen aber genau das läuft gerade das geht doch nicht also das heißt die Medien sind dann völlig neu und was machen die jetzt jeden Tag wird auf drei verschiedenen öffentlich-rechtlichen Sendern werden drei Talkshows gemacht die genauso aufgebaut sind wie die Vorwahlen Minivolks entscheidet nämlich der Bundeswahlleiter auch der österreichische Bundeswahlleiter wie der dort heisst weiß ich nicht aber in der Reihenfolge der Anmeldung dürfen die Experten dort reden ja vielleicht auch so ähnlich Bundeswahlleiter oder also bei uns heißt er halt Bundes- und Landeswahlleiter heißen die halt und der ach so das Mikro ist noch an der das heißt in dem Fall ist es dann keine repräsentative Wählerstichprobe denn die Zuschauer sind nie repräsentativ die sind immer ein bisschen einseitig aber es ist eine Übungsplattform wo wir uns alle in Demokratie üben können die Leute dürfen reden wie bei dem Vorwahlen Minivolksentscheid und die Zuschauer dürfen per Telefon wählen genauso wie im Vorwahlen Minivolksentscheid und ich habe noch was vergessen die Wähler dürfen bei jedem Vorwahlen Minivolksentscheid die Themen für die nächsten Volksentscheide festlegen denn es ist doch eine Schikanös wenn die Leute 200.000 Unterschriften bei Schnee und Eisregen sammeln müssen auf der Straße nur um einen Volksentscheid zu kriegen nein bei den Minivolksentscheiden die ja regelmäßig stattfinden wird legen die Wähler innen gültig fest was die Themen der nächsten Volksentscheide werden das ist dann Beschluss und in den Fernsehsendungen üben wir das da sind dann natürlich viele Zuschauer das wird ein bisschen chaotisch werden aber es sind ja nur Übungssendungen also in den Übungssendungen üben wir für die tatsächlichen Volksentscheid Vorwahlen Minivolksentscheide das ist Demokratie pur da ist das da haben die Leute aus Spaß die hören rein was haben wir denn heute wieder für Leute mit neuen Ideen sind da auch Leute mit verrückten Ideen dabei denn es wird ja unsensiert für alles dargeboten aber natürlich entsteht mit der Zeit so eine Kultur dass jeder sagt also ich blamie mich doch nicht ich gehe nur mit einem seriösen Reformvorschlag in die Sendung sonst mache ich mich ja lächerlich vor ganz Österreich oder vor ganz Deutschland und das wird dann der Missbrauch wird gering sein denke ich ja was sagen Sie Frau Mesli zu diesem vierten Kettenglied ja wir alle leiden ja jetzt momentan sehr unter dieser gleichgeschalteten Presse und das ist dringend erforderlich dass man wirklich alle Stimmen hören können und sich dadurch die Leute auch wirklich eine Meinung bilden können und sie haben es zwar erklärt aber es ist eigentlich unverständlich wie das jetzt die ganze Welt eigentlich überflutet hat dieses gleichgeschaltete Pressewesen also es ist eine Katastrophe wirklich wieso kann es nicht weitergehen das ist halt wir sind halt Evolutionsbiologen und Evolutionspsychologen und Psychobiologen vom Denken her ja und das heißt wir verfolgen das über Jahrhunderte Jahrtausende solche Einflüsse das heißt wenn so etwas über lange Zeit läuft dann ist das ganz allmählich die ersten Journalisten die waren vielleicht noch konzernkritisch aber irgendwann haben die Journalisten angefangen kleine Annoncen in die Zeitung reinzulassen und haben aber dann gar nicht gemerkt dass sie dann damit ja abhängig werden von den Annoncen Bezahlern ja und dass sie plötzlich anfangen denen nach dem Munde zu reden und dass plötzlich eine Evolution entsteht dass wer seinen Annoncen Kunden nicht nach dem Mund redet der geht pleite und dann bleiben plötzlich nur noch Journalisten übrig die einfach die gleiche Sichtweise haben wie die großen Annoncen Kunden und das geschieht ganz still und leise und genau deswegen müssen wir unsere Reformen so gezielt und so präzise setzen und mit unseren 52 Jahren Erfahrung so genau punktgenau setzen damit genau diese negative Entwicklung sich in positive Entwicklungen umwandeln und daran arbeiten wir seit 52 Jahren darüber denken wir seit 52 Jahren nach über 20 Professoren wir haben manche Professoren dabei die schon 65 Jahre in der Wissenschaft sind unsere ehemalige Bundesgesundheitsministerin ist 90 über 90 wahrscheinlich jetzt schon und und will auch 100 werden und ja Frau Mesni haben Sie alles gesagt was Sie dazu sagen wollten Frau Bruckland diese Medienreform und Vielseitigkeit und andere Seiten hören ja was löst das bei Ihnen aus ja klingt natürlich alles fast schön um wahr zu sein ja die Journalisten also die sind ja auch nicht davon ausgenommen dass der Mensch möchte gerne dazugehören bloß nicht abseits ne also wenn man dann berichtet wie Boris Reitschuster dann muss man schon das aushalten können dass man nicht von Masse dazugehört ja und ich glaube das ist auch überhaupt in dieser Problematik in der wir uns jetzt befinden spielt das eine große Rolle ne ja und 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 liebe das Mikro noch ja liebe Journalisten ja also wir würden niemals einem Journalisten unterstellen dass er böse Absichten hätte und sich da gegen uns alle verschworen hätte nein überhaupt nicht aber es läuft ein nicht bewusster Prozess der darauf hinaus gelaufen ist so ein Evolutions und Selektions Prozess der still und leise ohne Bewusstheit darauf hinaus gelaufen ist dass dann am Ende dieser Volksspruch diese Volksweisheit gilt wesbrot ich esse das Lied ich sing ja und das ohne dass das bewusst gedacht wird so ich kriege mein Geld von den Pharmakonzernen über die Werbesputz und deswegen denke ich jetzt so wie die Pharmakonzerne und denke nur in diese Richtung und stimme allem zu was von den Impfkonzernen kommt das ist nicht bewusst das sind nicht bewusste Abläufe sondern der Mensch hat einfach die Meinung dass die Impfkonzerne recht haben und die ganzen Impfkritiker das sind ja nur Impfleugner das sind ja alles Spinner die glauben das wirklich die meinen das gar nicht böse aber deswegen müssen wir ja liebe Österreicher das mit ihnen gemeinsam mit ihrer Partei das Politik System ändern und ich wandere dann aus nach Österreich wenn sie Erfolg haben bin ich in Österreich weil ich möchte in diesem glücklichen Land dann leben ja ja was sagen was sagen sie liebe Österreicher jetzt zu diesem ersten kennenlern erste kleine Begegnung mit dem vierten Kettenglied der Macht Begrenzungskette die wir vorschlagen ja das Problem und eben die gegen die kritischen die Impfindustrie kritischen Journalisten bestimmen haben 50% des Stimmrechtes und die werden natürlich keine Sendung genehmigen in der nicht beide Seiten die gleiche Redezeit bekommen also Drosten Wieler und Lauterbach und Bakhti Wodak und Schiffmann die gleiche Redezeit ja und letztendlich müssen natürlich die Wähler entscheiden dann wieder was sie dann wollen aber dann haben wir faire Medien ja wenn es jetzt da keinen Kritikpunkt gibt dann mache ich noch schnell den fünften Punkt der Kette den hat uns dazu inspiriert David Claudio Sieber von Die Basis Deutschland Sie kennen ihn hat das mal gesagt dass wir doch so um kurzfristig Entscheidungen in der Politik fällen zu können dass wir da uns so ein bisschen an den Umfragen orientieren sollten jetzt und jetzt sagen wir aber als Wissenschaftler bloß nicht denn Frau Bruggland Sie kennen das soziale Erwünschtheit in der Psychologie natürlich bei Umfragen da sagen die Leute ihnen am Telefon nie natürlich wähle ich nicht die AfD sagen die dann alle ja weil das ist nicht sozial erwünscht ja und deswegen Umfragen sind relativ wertlos was sie brauchen ist ein simulierter Volksentscheide das heißt wieder muss das ein Institut ein das kostet halt ein bisschen was wirklich eine möglichst repräsentative Wählerstichprobe erstellen und dann müssen die Leute in geheimer Wahl bei einem Mini Volksentscheid sich entscheiden was sie zu einem gerade anstehenden aktuellen Sache die schnell behandelt werden muss wo man keine Zeit hat eben sagen zu was sie tendieren und da muss es irgendwie eine sich selbst automatisch durchrüttelnde Urne geben wo sie genau sehen wenn sie ihren Zettel reinwerfen kann niemand feststellen welcher Zettel von ihm ist und damit es wirklich eine geheime Wahl ist und dann werden die Wähler sagen was sie wirklich denken weil dann nicht mehr die soziale Erwünschtheit gilt aber die Urne die muss durch so eine Maschine durch so einen Elektromotor so wie die wie die bei den Lotto zahlen ja da musste es immer durchmicht werden damit eben jeder weiß niemand kann jetzt mehr feststellen welcher Zettel von den 100 Zetteln die in der Urne sind ist von mir gewesen oder von den 500 oder 1000 ja und dann haben sie ein echtes Ergebnis und dann können sie sondern sie müssen es mit einem simulierten Volksentscheid machen wir hatten ja damals eine simulierte Bundestagswahl machen lassen weil simulierte Wahlen immer viel besser sind als Umfragen weil bei Umfragen kriegen sie immer das was sozial erwünscht ist da taucht dann die AfD plötzlich gar nicht auf und beim Wahltag sind es plötzlich doppelt so viele Stimmen für die AfD wie vorher weil die Leute sich nicht getraut haben zu sagen was sie wählen werden und deswegen also immer simulierte Bundestagswahl um kurzfristig von heute auf morgen wichtige Entscheidungen abklären zu können so also Politbarometer nicht an Umfragen sondern an simulierten Volksentscheiden das ist besser insofern haben wir den Vorschlag von Herrn David Claudio Sieber aufgenommen aber ein bisschen verbessert das waren so die fünf Glieder unserer Macht Begrenzungskette und wenn sie das alles und auch alles was wir am Anfang gesagt haben einhalten dann wird ihre Partei eine herausragend echt basisdemokratische Partei und wenn dann noch wirklich in diesem Volksentscheid Wahlprogramm den Wählern wirklich hochkompetente Varianten von Gesundheitsreform Ernährungssystem Reform Bildungsreform Polizeireform Justizreform und 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 alles angeboten wird und die Wähler sagen ja hoppla hier wählt ja ein ganz anderer Wind jetzt habe ich ja hier Wahlalternativen und ich kann selbst entscheiden und und eine kompetente Reform nach der anderen wird auch ist auch mit dabei ja dann haben wir eine Chance 5,0 zu kriegen und bei der nächsten Wahl dann 14 Prozent dann können wir schon mit koalieren und bei der nächsten Wahl dann 28 Prozent dann können sie schon in Österreich den Kanzler stellen denn wenn sie 28 kriegen kriegt der kurz noch 27 und in Deutschland ist genauso denn sie nehmen ja als Partei den anderen Parteien lauter Stimmen weg wir haben das dann damals in der simulierten Bundestagswahl gesehen wir haben zum Beispiel der CDU haben unsere Professoren 18 Prozent weggenommen der SPD 16 Prozent und so weiter also den verschiedenen Parteien wir haben manche Parteien auf Null schrumpfen lassen weil die Wähler alle dann mit sofort zu uns übergelaufen sind in der simulierten Bundestagswahl und so wird es ja bei ihnen auch gehen die Leute wandern alle von den anderen Parteien ab und wählen die Basis Österreich und dann können sie mit 14 Prozent mit koalieren und die mit regieren und mit 28 Prozent in Kanzler stellen die Kanzlerin stellen die steht ja dann unter Kontrolle die steht ja unter Kontrolle der Wohlfühlstimme der und und der Vorwahlen Mini Volksentscheide da immer die Konkurrenz im Nacken und so weiter und dann werden die Politiker unsere Diener ja und dann gibt es auch kein dann brauchen sie gar nicht so viel Technisches innerhalb der Partei zu machen denn die Kontrolle ist ja da ja Wohlfühlstimme Vorwahlen Mini Volksentscheide auch die Fernsehsendung die werden da werden die Parteien so darauf reagieren oh da ist ein Experte der könnte uns gefährlich werden den holen wir zu uns den holen wir bei uns ins Boot und lassen uns von dem helfen was der für neue Reformkonzepte hat denn wenn der gegen uns antritt der macht uns platt ja so werden die Politiker denken und so wünsche ich mir doch eine lebendige Demokratie ständig Bewegung ständig Erneuerung und Innovation an Reform ja Frau Mesni was sagen Sie zu allen fünf zusammen und zum letzten Ja also ich habe ja schon bei einer früheren Sendung gesagt das kann so funktionieren ich habe ja auch eine ganze Weile gebraucht bis ich das alles verstanden habe aber mittlerweile ich glaube an ihr Konzept wirklich ob ich mich in meiner Partei durchsetzen kann muss man sehen ja und das ist die Frage wieso müssen sie sich eigentlich durchsetzen wenn es doch eigentlich eine basisdemokratische Partei auch wir 2020 diesen Anspruch ja hatte und eigentlich Basisdemokratie Deutschland diesen Anspruch hat warum müssen sie sich durchsetzen sie müssten doch eigentlich nur den Antrag stellen dass Deutschland die Bundespartei darüber konsensieren möge ob man darüber nachdenken sollte auch externe Experten hinzuzuziehen zum Beispiel die Next Scientist for Future die sich wie warme Semmeln angeboten haben ständig angeboten haben und warum und diese und noch ein paar andere externe Experten warum nutzen wir die nicht warum wollen wir das Rad immer neu erfinden und wollen alles durch Laien Experten und interne partei interne schon über 50 Jahre daran gearbeitet haben ja so muss man es leider betrachten aber ja was sagen sie zu diesen fünf gliedrigen Kette ja also wie gesagt ein Konzept so schön um wahr zu sein also 52 Jahre Arbeit zehn ganz tolle zwölf ganz tolle Talkshows gemacht wo wir teilweise wir hatten die Ökonomie die Ökonomie von Mankind als uns widersprechenden Experten da also es gab eben nicht nur Next Scientist for Future sondern die haben das schon praktiziert wir haben im Duell sind wir angetreten gegen Ökonomie von Mankind und gegen Natural von Local Sources aus Österreich also ein Konzept der neuen Landwirtschaft zum Beispiel und da haben wir uns ganz schön gefetzt da habe ich gesagt also wissen Sie das Konzept von Ökonomie von Mankind damit würden sie Deutschland volkswirtschaftlich ruinieren weil sie zum Beispiel die Hochkompetenten der will zum Beispiel Ökonomie von Mankind der Experte möchte gern alle Menschen enteignen ab 30 Millionen Euro aber die Reichen in Deutschland fängen heutzutage erst ab 30 Milliarden an also bei dem Faktor 1000 und dann treiben sie laut Professor Hans-Werner Sinn würden sie all die arbeitsplatz schaffenden Milliardäre die würden sie also sozusagen sofort zur Flucht aus Deutschland bewegen und die nehmen dann einfach gnadenlos die Arbeitsplätze mit und wer schafft dann denn bitteschön die Arbeitsplätze also wir wollen natürlich dass es uns allen besser geht aber wir müssen doch gucken dass wir nicht alle Arbeitsplätze aus Österreich oder aus Deutschland heraus vertreiben denn die wandern gerne ab nach sonst wohin oder nach Weißrussland nach Weißrussland ja genau da wandern die ab das kostet die gerade kostet ein paar Millionen dieser Wechsel aber wir das Geld was die dann hatten zum investieren das ist dann nicht mehr in Österreich vorhanden und nicht mehr in Deutschland vorhanden und ob wir dann wirtschaftlich besser dastehen als vorher wird die Frage sein wir wollen auch wir finden dass die Schere zwischen Arm und Reich zusammen gehen muss aber erst mal muss die Wirtschaft auch überhaupt mal auf den Trichter durch unsere Reformen kommen dass sie uns Gutes tut und eine Wirtschaft die uns Gutes tut die darf dann auch ein bisschen was verdienen aber vor allem muss sie uns erst mal Gutes tun und nicht mit wie die Impfkonzerne uns da terrorisieren mit einem Impfzwang der am Ende das muss ich noch dazu sagen das Ganze ist Körperverletzung sie müssen sich mal klar sein was wir gerade haben das ist ein Verfassungsbruch eigentlich ja dass also die Konzerne und die Politiker und die Journalisten ja alle der gleichen Meinung sind nämlich dass überhaupt nichts dabei ist wenn Kinder zwangsbehandelt werden mit Chemotherapie und wenn die Eltern nicht spuren kriegen sie sorgerecht entzogen wieso darf denn ein profits süchtiger Konzern darüber entscheiden dass das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit das Menschenrecht außer Kraft gesetzt wird nur weil Konzerne gerne teure Chemotherapien verkaufen wollen ist doch an sich der Hammer aber wir regen uns gar nicht mehr auf wir next scientists for future wir wissen das schon seit 40 Jahren weil der Trend ist seit 40 Jahren in diese Richtung gehen und dass jetzt quasi die Kinder zwangsgeimpft werden können jetzt auch doch die Erwachsenen quasi unter versteckten Impfzwang gesetzt werden das sind doch alles Verstöße gegen die Menschenrechte auf das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und deswegen liebe Österreicher braucht es unsere Reformen damit wir das endlich anders machen und zwar ganz ruhig ganz sachlich ganz kooperativ ohne zu schimpfen einfach wählen lassen und und machen auf die fünf Sachen die ist angesprochen die fünf Kettenglieder ja fünf Kettenglieder ist eine tolle Sache ich finde das Konzept einmal spitze Kettenglieder Kettenglieder Kettenglieder